Mein Name ist Christoph, auf meiner Webseite www.computerkurs.com und meinem YouTube-Kanal findet ihr kostenlose Übungsbeispiele. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und drück bitte auf Kanal abonnieren. Viel Spaß mit den Übungen! In diesem Video schauen wir uns an, wie man in Excel den Durchschnitt bzw. den Mittelwert berechnen kann. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wieder einen Link zu diesem Übungsbeispiel und zu meiner kostenlosen Lernplattform. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze herunterladet, gleich mitmacht und mir ein Like gebt, wenn euch das Video gefallen hat. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier auch zwei kleine Tricks noch mit eingebaut, die wir uns abseits vom Durchschnitt anschauen. Das erste ist einmal, ich erkenne hier, dass der Inhalt noch weitergeht. Ich sehe das nicht mehr auf diesen Zoom-Modus, den ich habe. Das heißt, viele von euch kennen ganz einfach, hier rechts unten kann man mit Plus und mit Minus die Prozente vom Zoom einstellen und das Ganze näher oder weiter weg heranzoomen. Ich würde euch aber empfehlen, das geht generell in jeder Windows-Oberfläche, in Word, in Excel, in PowerPoint usw. Aber gerade in Excel finde ich es für mich und in Word besonders wichtig, weil ich klar definiert habe, welchen Bereich ich brauche zum Arbeiten und ich will das näher ran oder weiter weg haben. Ganz einfach auf die Steuerungstaste drücken, also STRG ganz links unten auf der Tastatur, drücken gedrückt lassen und beim Mausrad nach oben oder nach unten scrollen. Wenn ihr die Steuerungstaste drückt, so nach oben oder nach unten scrollt, könnt ihr dort den Zoom entsprechend umstellen. Das ist Trick Nummer 1. Das zweite, in Excel kann es euch immer wieder mal passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel weiter rauszoome, das kleiner mache, dass ihr hier zum Beispiel Rautezeichen angezeigt bekommt. Also das ist typisch in Excel. Es kann hier sein, dass ihr entsprechend Rautezeichen angezeigt bekommt. Wenn wir das dann noch kleiner machen oder wieder größer machen, verschwinden die aber auch wieder. Das heißt, eine Variante, um diese Raute wegzubekommen, ist größer oder kleiner zu zoomen, je nachdem, was ihr braucht. Wichtig ist mir aber auch, dass wir mal verstehen, warum kommen diese Rautezeichen überhaupt. In dem Fall ist es einfach so, Excel sagt, um die Inhalte von der Zelle wiederzugeben, brauche ich diese bestimmte Breite in der Zelle. Und bei dieser einen Zoom-Ansicht, warum auch immer, stört Excel ein bisschen die Breite der Zelle und darum wird das in Rauten hier angezeigt. Dem kann man ganz einfach Abhilfe schaffen, wenn wir hier oben zwischen E und F mit der Maus hinfahren, bekommen wir einen Trennstrich mit einem Pfeil nach links und nach rechts. Ihr könnt dort dann einen Doppelklick machen. Damit passt ihr die Spaltenbreite an die optimale Spaltenbreite an und die Rautezeichen verschwinden. Es kann alles ganz normal angezeigt werden. Ihr könnt es natürlich auch zwischen E und F einfach drücken, gedrückt lassen und ziehen. Und mit einem Doppelklick, wie gesagt, können wir es auf die optimale Spaltenbreite bringen. Und wenn wir aber sagen, wir wollen eigentlich, dass alle Filialen die gleiche Breite haben, könnt ihr natürlich auch diese Filialen markieren und dann eine entsprechend ändern. Und es werden alle gleichmäßig von der Breite her entsprechend angepasst. Das war mal ein kurzer Ausflug noch zur Ansicht, zum Zoom-Modus und zur Spaltenbreite. Jetzt schauen wir uns aber die Funktion vom Beispiel an, nämlich den Durchschnitt berechnen. Wir haben hier in dieser Tabelle, wenn wir schauen, Jänner bis Dezember verschiedene Monate, wo in den verschiedenen Filialen bestimmte Umsätze generiert worden sind. Typische statistische Werte, die wir herausfinden wollen, ist, wie viel wurde insgesamt generiert und vielleicht, wie viel wurde im Schnitt pro Monat oder im Schnitt pro Filiale in dem Monat etc. generiert. Wir haben das schon einmal in einer anderen Übung kennengelernt. Wenn ihr nur herausfinden wollt, wie viel im Durchschnitt generiert worden ist, ohne dass es in einer Zelle stehen muss, um damit weiterzurechnen oder um es darzustellen, dann reicht es, wenn wir diesen Zellbereich markieren. Wenn ich zum Beispiel herausfinden will, wie viel im Durchschnitt die erste Filiale im gesamten, also über alle Monate hinweg gemacht hat, brauche ich nur diesen Bereich mit meinem weißen Mauszeiger markieren und wir sehen dann hier unten in unserer Statusleiste schon statistische Werte. In der Statusleiste haben wir hier automatisch den Mittelwert, das ist unser Durchschnitt, die Anzahl und die Summe. Das heißt, hier sehen wir, dass die Filiale 1 im Durchschnitt 15.100 Euro Umsatz generiert. So, und je nachdem, was ihr markiert, wird hier automatisch dieser neue Wert für Mittelwert, Anzahl und Summe ausgegeben. Schauen wir uns jetzt aber an, wenn wir das Ganze auch wirklich in einer Zelle ausrechnen müssen, dass wir das Ganze drucken können, darstellen können und dokumentieren können. Dafür klicken wir wie immer zuerst in die Zelle hinein, wo das Ergebnis stehen soll. Das heißt, wir sollen hier in C17 ausrechnen, was hat die Filiale 1 als Jahresdurchschnitt gemacht. Jahresdurchschnitt von der Filiale 1 haben wir in dem Fall Filiale 1 und der Jahresdurchschnitt. Das heißt, immer in die Zelle zuerst hineinklicken, wo das Ergebnis stehen soll. Dann müssten wir Excel sagen, was wir rechnen wollen. Wollen wir eine eigene Rechnung machen oder wollen wir eine Funktion verwenden? Mittelwert ist eine Standardfunktion. Das heißt, wenn ihr bei der Karteikarte Start seid, habt ihr hier rechts oben die Autosumme und beim Pfeil nach unten gibt es dort unsere Hauptfunktionen. Einige von euch verwenden in der Beamtungsleiste hier vorne den Funktionsassistenten. Ich mag den nicht. Auch hier würde es gehen, einfach auf F von X diesen Funktionsassistenten klicken. Dort gibt es zuletzt verwendete oder finanzmathematische Datumzeit etc. die verschiedenen Funktionen, die ihr in Excel findet. Und auch dort kann man mit diesen Funktionsassistenten arbeiten. Ich bevorzuge, das Ganze hier oben zu machen. Und wenn das nicht bei der Standardfunktion drinnen ist, dann habe ich über weitere Funktionen ja sowieso diesen Funktionsassistenten genauso. Das heißt, auf dem Pfeil nach unten, wir klicken auf Mittelwert. Excel macht es relativ logisch immer. Nämlich Excel nimmt, wenn wir hier eine Funktion verwenden, die zählen, die benachbart sind, wo Zahlen sind und schlägt uns diesen Bereich vor. Dieser Bereich stimmt für uns nicht. Wir müssen bitte den Jahresdurchschnitt von der Filiale 1 ausrechnen und markieren uns hier die Umsätze von Jänner bis Dezember mit diesem weißen Mauszeiger durch. Bitte nicht die Überschrift mitnehmen, sonst funktioniert das nicht. Und wir können kontrollieren, es steht dort, ist gleich Mittelwert, Klammer auf, Klammer zu, von dem Bereich B4 Doppelpunkt bis B15. Wenn ich mit Enter bestätige, haben wir unsere 15.100 heraus als Mittelwert. Nicht vergessen, wir können das kontrollieren, indem wir einfach den Bereich markieren. Dann sehen wir hier unten noch einmal die statistischen Werte, zum Beispiel den Mittelwert. Nächste Zelle, in der Zelle C18, bitte einmal hineinklicken, sollen wir den Durchschnitt vom ersten Quartal berechnen. Wieder oben bitte auf Mittelwert gehen, diesmal aber nur von der ersten Filiale, der Durchschnitt vom ersten Quartal. Quartal 1 ist gleich Jänner bis März. Also Jänner drücken, drücken lassen bis März und mit Enter bestätigen. Dann haben wir 12.400. Hier haben wir wieder etwas Neues. Wenn wir zwei Zellen haben, die nebeneinander sind, wo aber unterschiedliche Formeln verwendet worden sind, dann sehen wir hier, wenn wir draufklicken mit dieser grünen Ecke, Excel glaubt, da stimmt was nicht. Vielleicht wollten wir da was anderes ausrechnen. Das heißt, wenn wir hier aufs Rufzeichen klicken, sehen wir dort, Achtung, es gibt verschiedene Funktionen, die wir nehmen können. Wir sagen jetzt einmal Fehler ignorieren, aber im Prinzip sagt uns Excel nur, das sind zwei Zellen, die nebeneinander sind, aber oben wurde eine andere Formel verwendet als unten. Nur, dass man Bescheid weiß. Man kann das dann definieren, ignorieren, sagen, dass das nicht alle Zellen mit angrenzt und so weiter und so fort oder eben auch seine Formel entsprechend umändern. So, der nächste Punkt. Wir sollen den Jahresdurchschnitt aller Filialen ausrechnen. Also wieder in die Zelle klicken, wo das Ergebnis stehen soll. Oben bei der Autosumme bitte wieder auf Mittelwert und Jahresdurchschnitt aller Filialen ist gleich dieser Bereich. Alle Monate von allen Filialen. Und mit Enter bestätigen. In der nächsten Zelle Dezember, Mittelwert aller Filialen. Auch hier, ich zeige das immer mal gerne her, nur, dass man Bescheid weiß, man kann die Sachen auch eingeben. Ich bin aber ein Fan davon, dass wir die einfachen Funktionen verwenden, wenn das Ganze verfügbar ist. Aber diejenigen, die schnell im Tippen sind oder gerne wissen, wie Formeln aufgebaut sind und Funktionen, ihr könnt das natürlich auch gerne selber eingeben. Vor allem, wenn wir später schwierigere Formeln oder Funktionen machen oder die ineinander verkettet sind, muss man vielleicht teilweise eh mehr selber eingeben. Wie funktioniert das selber eingeben? Um eine Formel oder Funktion einzugeben, starten wir in Excel mit einem ist gleich. Dann kommt immer der Name von der Funktion. Das kann auch kleingeschrieben sein. Mittelwert. Und mit Klammer auf können wir jetzt sagen, welche Zahlen wollen wir, welchen Bereich wollen wir. Also ist gleich Mittelwert. Wir brauchen den Dezember-Mittelwert von allen Filialen. Das heißt, ich kann mir hier die Maus kurz zur Hilfe holen. Das ist praktisch von B15, Dezember-Mittelwert, also Dezember-Wert von der ersten Filiale, B15, mit einem Beistrich würde ich sagen und die Zahl zum Beispiel D15. Aber wir wollen nicht und, sondern mit einem Doppelpunkt sagen wir bis. Also ist gleich Mittelwert, Klammer auf. Welcher Zahlenbereich? Die Zahlen von B15, Doppelpunkt bis F15. Excel markiert uns automatisch diesen Zellbereich. Der stimmt auch. Mit Klammer zu ist das Ganze beendet. Und mit Enter können wir bestätigen. Das heißt, ich zeige es daneben gleich noch einmal. Es wird genauso funktionieren. Mit Mittelwert, den Bereich markieren und mit Enter. Ich kann die Formel aber ist gleich Mittelwert, Klammer auf. Dann markieren, Klammer zu und Enter. Ich kann das kombinieren mit reinschreiben, mit anklicken, wie ich will. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil wenn ich jetzt eine Zelle brauche, die genau daneben ist und ich kann es nicht markieren, dass wir wissen, wir können den Zellbezug auch hineinschreiben. So, und als letztes haben wir hier noch die Fragestellung, wir sollen ausrechnen, den Mittelwert vom ersten Quartal, aber nur von der Filiale 1 bis 3. Also 1 und 3, Entschuldigung. Also, wir setzen uns in die Zelle hinein, wo das Ergebnis sein soll. Wir klicken auf Mittelwert. Erstes Quartal von den Filialen 1 und 3. Mit einem Strichpunkt könnten wir jetzt und einen neuen Bereich definieren, aber das können wir auch, indem wir auf die Steuerungstaste drücken, gedrückt lassen und jetzt noch einmal diese 3er hier dazunehmen. Dann sehen wir hier unten auch noch einmal, ist gleich Mittelwert, Klammer auf, Klammer zu und in dem Bereich haben wir B4, Doppelpunkt B6, von B4 bis B6 mit einem Strichpunkt, sagt uns Excel, und den Zellbereich von D4 bis D6 soll er auch dazunehmen. Ja, wir haben das Ganze mit der Maus gemacht, drücken, gedrückt lassen, Steuerungstaste und den nächsten Bereich markieren. Mit Enter bestätigen, dann haben wir hier als Mittelwert 11.708,33 heraus und Excel will uns schon wieder sagen, oh, das ist schon wieder eine andere Formel, die haben wir so bis jetzt nicht verwendet. Wir können auch dort, wenn uns das Kästchen stört, hinklicken und sagen, dieser Fehler soll ignoriert werden. Ich hoffe, diese Übung hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Übung auch mitmacht. Gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Auf der rechten Seite kannst du gleich das nächste Übungsbeispiel durchgehen oder versuch einfach ein Gesamtbeispiel zu lösen. Viel Spaß bei den nächsten Übungen und danke für deine Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.